Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, so schön, ich falle in Ohnmacht, einzunehmen bei Windreiser Dawa, auf den Ebenen von Onara, in dieser Position. Vor Quest war, gebe ich euch der Schick auf. Mal schauen, was wir hier machen müssen. Reicht mit Jäger, Narman. Okay. Dann machen wir das doch, oder? Nun dürfen wir hier hin. Hier ist der Jäger Narman, quatschen wir hin an. So, wir öffnen einmal und da war am Wasser. Welches Wasser? Hier gibt es viel Wasser in den Ebenen. Bin gespannt. Hier nicht, hier nicht. Weiter geht's. An welchem Wasser, Jungs? Ein paar Infos mehr. Das Wasser scheint sehr weit zu sein. Ah, da vorne. Hier? Okay, man muss zu diesem Punkt. Dann ist die Quest bereit zur Abgabe. Also hier? Also hier? Ah, die wollen jetzt hier warten. Oh. Ah, wie romantisch hier am Wasser. Schön. Okay, 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 okay. Quest ist abzugeben, bei Jäger Narman, auf den Ebenen von Onara, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.